Musik Mit diesem wirklich fabelhaften Ausblick begrüße ich euch rechtzeitig hier zurück bei Fallout 4, mittlerweile bei der Episode 7 meiner persönlichen Glückszahl. Und ich hoffe mal, dass mich das Glück jetzt schwängern wird. Nein, gar missbrauchen. Denn wir wurden ja am Ende der letzten Folge in diese prekäre Situation gebracht, dass wir hier uns im Feindesland befinden. Und die Feinde kommen mir schon zu... Gehen wir hier um die Ego-Perspektive. So kann ich ja gar nichts machen. Nachladen, nachladen, nachladen. Eine Voraussetzung zum Angriff, den ich hier direkt mal ausführe. So, liebe Leute, wir sind, wie gesagt, hier im Feindesland in der Basis der bösen Buben und bösen Mädels. Denn hier wurde ja auch der politischen Korrektheit zufolge die Frauenquote eingeführt. Also, scheiße. 50% Frauen sind hier auch vertreten. Aber wir wollen jetzt mal hier auch mal ein bisschen auslesen. Deshalb, von wo kommen denn überhaupt Schüsse? Ich sehe hier nicht. Von da unten. Ach, da hinten. Der Junge da hinten, der will das von mir. Das kann er haben. In Form von Tod. Den verteile ich nämlich umsonst. Dein Arm wurde verkrüppelt, sodass du hier ein schlechter Ziel kannst. Dankeschön. Benutze ein Spin-Pack, um dein Körperteil zu heilen. Ja, bei mir sind auch ganz andere Körperteile kaputt. Das ist jetzt gerade egal. Warte, weil ich muss mal ganz kurz hier an meiner Kurbel drehen. Und, äh... Warte, ich weiß gar nicht, wie ich hier Inventar so schnell öffnen soll. Wo gibt's denn hier was? Ähm, hier oben, warte mal. Inventar. Wo ist denn hier ein Spin-Pack? Da muss ich wohl erst mal zur Hilfsmittel greifen. Äh, oder nicht? Warte mal. Ich bin jetzt wieder raus. Ich hab lange Zeit nicht gespielt. Und, äh, jetzt muss ich mal wieder reinkommen. Und das dauert immer so ein bisschen. Aber ich nehm jetzt erstmal ein Spin-Pack. Das, äh, putte ich mir hier mal in meinen Körper rein. Oh, danke. Sterbe ich einfach mal. Das kann doch nicht werden. Boah! Und wie ich sterbe, ja? Sag mal, das ist aber kein galanter Damentod, den ich hier übers Parkett gelegt habe. Ja, ich bin hier ja wie so eine, wie so eine, so eine nasse Nutte. Wo ich da über den Asphalt gekehrt. Das ist, das mag ich aber, das mag ich mir aber nicht hier, äh, antrichtern lassen. Ich werd mir nochmal hier ganz schnell noch ein Spin-Pack, so ganz vorne rein, äh, trichtern. So einflößt, ja. Also das Spin-Pack, das, das pumpt man sich, pumpt man sich ans Blut. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt mal ein bisschen besser läuft. Aber ich, äh, vermute mal nicht. Ich bin nämlich kein guter Spieler. Aber das wisst ihr ja. Ihr seht das ja tagtäglich, wenn ihr meine Videos verfolgt, dass man da nichts erwarten kann. Aber ist ja auch nicht schlimm, oder? Muss man immer was erwarten? Eigentlich nicht. Scheiße, da ist auch so, da ist auch so, da ist auch so ein ganz großer. Da unten, ja. Ah, oh ja. Da hab ich schön den Uterus verschmort. Was? Wen bin da, ey, mein Hund, wo ist mein Hund hin? Hund, wo bist du? Bist du hier? Nein, wir sorgen um mein Hündchen. Ja, treib mich mal rum. Ich liebe es, getrieben zu werden. Oh, oh ja. Oh, Gefahr, Gefahr. Ich liebe die Gefahr. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Oh, nein. Das war gelogen übrigens. Mein zweiter Vorname fängt ja mit P an. Ich bin ja Hodes P. Jackson Senior und nicht Hodes D. wie Danger. Na gut, liebe Leute, das war jetzt auch noch ein bescheidener Anfangsversuch, aber ich verspreche jetzt in diesem Try Besserung. Wenn nicht, dann müssen wir wohl oder übel bald hier wieder rausgehen, weil ich noch keine Chance habe. Ich muss wahrscheinlich nur Level steigen. Bin zu schlecht. Bin zu schlecht für diese Quest, die wir gerade hier vollziehen. Deshalb erst mal Stimpeck rein. Erst mal schön Stimpeck in den Busen rein. Und dann weiter drehen hier an der Kurbel. Geht nicht, geht nicht. Hab ich voll gekurbelt schon. Da unten ist das so ein Hineck. Ha! Schön daneben geschossen. Das wollte ich. Das war nämlich ein Ablenkungsmanöver. Ai, 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 ai. Jetzt muss ich mir an den Kurbel fritzen hier irgendwie plätten. Ach, das ist ein Geschützturm. Ah, das ist natürlich... Jetzt erkläre ich dann, dass ich da keine Chance habe. Verdammt die Scheiße, ich sterbe doch gerade. Verdammt die Scheiße, ich sterbe doch gerade. Ah, ah, oh. Ins Gesicht geschossen, ja? Guckt euch mal einen schönen Turn an. Das ist doch... Da kriege ich jetzt so eine Bestie hervorgesetzt. Das ist widerwärtig. Das Spiel widert mich gerade an. Ich glaube, ich muss da mal mit, äh, ordentlicher Sprengkraft rangehen. Dazu gucke ich mal ganz kurz. Was habe ich denn hier? Habe ich eine Granate? Ich spiele da gerade. Die werfe ich da jetzt. Die werfe ich... Wie geht das nochmal? Wie wirft man denn nochmal Granaten? Nee, da treffe ich ja Granaten runter. Brennt meine Waffe. Ich brauche einen Stimpack. Ah, ich muss den Stimpack nehmen. Eigentlich müsste ich die ganze Folge bis hier jetzt schon rausschneiden. Aber jetzt wird es besser. Jetzt wird es besser. Ich werde brechen. Jetzt wird es viel besser. Kann ich gleich zwei Stimpacks nehmen? Warum bin ich hier so sparsam, wenn ich eh gleich wieder sterbe? Alter, wie viel Dreck läuft da unten rum? Habe ich keine Granaten mehr? Ich habe keine Granaten mehr. Deshalb. Die scheiß Geschickstum. Das ist doch echt. Das ist doch nichts. Das ist doch nichts hier. Da ist er. Ja, komm. Und Stimpack, Stimpack. Egal was passiert. Stimpack, Einflüssen und weiter. Jetzt habe ich keine Stimpacks mehr. Aber ich bin aus der Schussbahn. Oh, fuck. In was für eine Situation habe ich mich hier reingebracht? Habe ich irgendwas anderes zum Schießen? Das ist noch ein paar Stimm... Komm, ich benutze jetzt mal die Waffen. Ah! Scheiße. Habe ich ihn getötet? Ich warte jetzt bis er macht kommen hier alle. Kommt mal zu mir. Ich will nicht zu euch kommen. Ihr könnt auch mal zu mir kommen. Ich habe das schon hundertmal gemacht. Oh! Eine Frau kommt. Eine Frau kommt. Jetzt wird es gefährlich. Oh! Die schießen nämlich bekanntlich immer auf. Geschlechtszeile. Fuck. Mein Herz pumpt. Habe ich nicht irgendwas noch zum Regenerieren? Ich muss mich irgendwas noch... Ähm, wo steht... Ich weiß gar nicht, wo das steht. TP? Ist das TP? Ja, das, ne? Oh, ich bin radioaktiv. Was soll ich? Aber ich glaube, das ist noch geringfügig, ne? Hält sich in Grenzen. Wir halten das gerade noch so aus. Jetzt warten wir erst mal. Bis die... Da stoße ich schon auf. Da stoße ich schon auf hier mitten im Let's Play. Das gehört sich natürlich nicht. Was ist das? Ein Penne-Ei kommt um die Ecke. Ah! Aber so lichtet sich die Feindesfront. Stück für Stück. Ah! 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 Ich hab Angst, dass die auf einmal von oben kommen. Ich müsste ein bisschen... Geht so wieder ein bisschen forsch hier vor. Aber ich hasse es halt zu warten. Das ist halt voll langweilig, ja? Wer wartet schon gerne? Auf das Feinde kommen. Gibt's hier irgendwas Schönes, was ich mitnehmen kann? Bierflasche? Stange sie retten, ist gut. Blöde, dass ich hier jetzt mal das TV-Dinner-Tablet könnte bei allem. Kommt schon her. Ach, noch nichts für meine Flinte. Sie sind vorsichtiger geworden. Na? Na? Hab ich sie nicht aufgescheucht? Hat er mich gerade... Ah, die mich gerade verfickt genannt? Verfickten Feigling? Verfickt sich gehört? Raider abschauen. Ah! Was? Was ist da explodiert? Ich verstehe das nicht. Aber, liebe Leute, das war schon besser. Also wir gehen Schritt für Schritt, gehen wir hier weiter voran. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, dass wir es wirklich rumreißen. Dass wir das Zepter hier an uns reißen. Und dass wir denen mal zeigen, wie man das Spiel spielt. Ähm, dafür muss ich aber erstmal noch ein Hilfsmittel hier. Jetzt nehme ich gleich mal ein Simpeng und ich sollte mal die Waffen auch wechseln, ja? Das Teil, was ich da in der Hand halte, ist totaler Dreck. Ich gehe mit der Schrottflinte direkt auf Konfrontationskurs nach unten. Ah! Und schieße den nicht ins Gesicht, sondern ich gehe hier durch. Ey, geh auf Tür! Alter Scheiße! Was ist denn? Ja, nicht nur mein Arm verkrüppelt, mein ganzer Körper ist verkrüppelt! Es läuft nicht. Es läuft nicht. Es läuft schon, aber traurig. Schon so weit, dass wir uns hier das Krocknack-Magazin ins Gesicht drängen. Das ist so ein Schandpreis, glaube ich. Wenn man zu oft stirbt, dann kriegt man diese Scheiße zu sehen. Solange dann werde ich auch wütend. Was daran liegt, dass ich das Spiel nicht kann und hier in irgendeinem vollem Kack-Level bin, wo man eigentlich weiterkommen kann. Wo sind die Gegner? Da. Torso. Alles auf dem Torso. Jetzt stirbt! Zack! Gekurbelt. Und nochmal. Das Geschütz. Das kriegen wir noch niemals kaputt, oder? Komm, einen Schuss zu ihm. In die Treppe. Ja, danke für die Berechnung, dass das klappen sollte. Ah, scheiße. Erstmal ihn hier. Ah, komm schon! Warum geht das nicht? Du hast keine Chance auf einen Treffer. Okay, das ist natürlich auch gut. Stimmt. Ja, umarm ich wenigstens mal die Säule kurz. Ja. Aber wir kommen dem Ziel nicht näher zwar, aber wir entfernen uns auch nicht von ihm, oder? So kann man das schon mal sagen. Das ist die absolut schlechteste Fallout 4 Folge, die ihr wahrscheinlich im gesamten World Wide Web finden werdet. Aber das ist ja auch meine Leistung, das hier zu bringen. Und vor allem, dass er das, äh, benötigt Mut. Um mich mal hier auf die gute Seite zu holen. Ah! Da wundert ihr euch, was hier passiert, ne? Dass eure Kollegen hier sterben! Am laufenden Band! Mit meiner scheiß Kurbelwaffe, ey. Die lachen wahrscheinlich die ganze Zeit. Was ist ich für eine Kacke hier mal? Ey, das Geschütz nervt doch, verdammt, ja? Hier, Granate! Gute Granate! Ich will Granate werfen! Hier, Granate! Jetzt müssen wir mal die Granate! Ey, ich bin ja, ich bin auch ein bisschen zu bescheuert. Ich weiß nicht, wie man Granaten retten. Verliere während des Spiels meine spielerischen Fertigkeiten. Und mehr und mehr. Fuck das doch! Dann ist ja nochmal durch. Das hat eben noch am besten geklappt, sich hier zu verschanzen. Mit meiner Pompgarn und meinem Stimpack, was ich mir schon einflöße. Und gleich esse ich hier das Kopfschirmfleisch. Och man, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ja, dann komm du doch zu mir! Aua! Nur Angst vor der Explosion gleich wieder. Alter! Die halten aber auch was aus, die Jungs. Also wenn mir jemand hier mit einer abgesähten Schrotflinte nur einmal in den Bauch schießen würde, ich glaube, ich wäre kaputt. So, jetzt esse ich das Kopfschirmfleisch. Und das Timpake auch noch. Jetzt mal volle Ladung! Boah! Äh, bin ich... Äh, nee, ich bin nicht voll Munition gefüllt. Scheiße! Scheiße! Was ist denn hier los? Nein! Nein, nicht knüppeln! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht stürmen! Äh, äh! 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 Jetzt nimm einfach irgendeine andere Waffe, ist doch egal! Nimm die Kackpistole! Äh, ich bin... Äh, ich weiß auch nicht, was ich mit... Was ich noch bin. Kackerlakenfleisch esse ich. Und dann nehme ich den Red Away. So, und hoffe... Dass ich hier irgendwie noch mal weiterkomme. So. Ihr frisst das! Man sieht natürlich nicht viel, aber ist ja auch egal. Ach, du Scheiße, ey. Wie viele sind denn auch hier noch am Leben? Kann das Ding in Luft fliegen? Nee, das macht nur viel Rauch. Sonst nix. Billardkuh nehme ich mal hier mit. Und dann tue ich mal die Zigaretten wieder. Die rauche ich gleich heimlich. Okay, den ganzen restlichen Scheiß, der wird nur Müll, ne? Ah, die Munition nehme ich mit. Dann gehen wir mal vorsichtig nach oben wieder. Hier ist auch echt viel zu viel los, ja? Viel zu viel dieser bösen Jungs. Und Mädchen. Wohl gemeint, das muss man immer dazu sagen. Alter, was ist denn das auch für ein Komplex? Das sind doch... Das sind die ganze Herrscher. Das ist ein ganzes Volk, was ich hier töten muss. Ist das ein Böser? Ja. Töte ich so. Oh, und hab natürlich damit wieder hier Lärm gemacht. Jared! Jared, den schüttel ich. Oh, Mist. Jared ist aber auch... Der ist ganz schön schießwürdig. Brauch mal ne Kurbel. So, Jared. Wie gefällt dir das? Mist, da ist er jetzt auch nur geschützt, oder? Wie soll ich das denn kleinträgen, das Teil? Oh, ja, danke. Was ist denn... Haben die hier interne Flakgeschütze, oder was? Who goes their nobody, natürlich. Ich verstehe die Angriffstrategien der Gegner nicht. Wer schießt denn heutzutage von drinnen hier mit Raketen? Das ist doch krank. Und jetzt bin ich wieder hier. Am Anfang. Okay, liebe Leute, das ist der letzte Versuch. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann gebe ich auf. Dann ist das was für später. Wie war mein Freund? Was für später. Für ganz, ganz später. Ah, das Geschütze natürlich... Ich habe natürlich auch kein Stimmpack genommen. Das ist natürlich... Äh, natürlich, um natürlich nochmal zu sagen. Ähm... Nicht die beste Voraussetzung, um eben hier irgendwas zu reißen. Ja, komm. Töte mich. Ja, ich will sterben. Drecksack. So. Zigarettenkiste und Zigaretten. Hier so auch noch mit. Gibt es noch was, was ich essen kann, außer dem Stimmpack? Kakerlakenfleisch. Ein paar Stückchen. Und dann... Das Flatterway hebe ich mir auch. Das nehme ich dann gleich an. Oh Mann, komm zurück! Ja, gleich! Ich hab voll den Spaß! Kommt ihr erst mal zu mir. Geh drüben! Und da hier der... Knüppel, Max. Wo seid ihr? Ey, 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 ey! Hört mal auf mit euren Granaten! Das will doch niemand! Ich bin, ey, 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 ey! Ich bin unter Strom, die Leute! Merkt ihr wahrscheinlich! Ich hoffe, dass es nachzukurzieren! Jetzt schießen die schon auf ihre eigenen Männer, die hier tot am Boden liegen! Sehr traurig! Ja, ich hab auch keine Möglichkeit zu treffen! So! Ey! Stirb schon! Und du erst! Was liebst du denn noch? Wo kommen wir hier hin? Ich ahne nichts Gutes! Hier unten ahne ich wirklich nichts Gutes! Hast dich verpissst, was? Nein! Hab ich noch nicht! Oh! Bitch! Ich bleib der Kopf abgefallen! Oh, 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 oh! Oh! Wir brauchen noch was zum Heilen! Komm, Skorpionfleisch hier! Und auch ein Kakerlakenfleisch! Wir sind sowas von radioaktiv hier, verstrahlt schon! Aber, das hängt jetzt nicht auf! Oh, ich dachte schon! Verjagt mich doch noch unser eigener Hund! So, ein Stimpact und ein Sportpartners! Gasmaske mit Brille! Das bringen wir auch noch mit! Da ist noch ein kleines Spielzeugauto! Das bringen wir Mama Murphy mit! Hund und Buch! Such bitte mal die nächsten Feinde! Nur bei Kohlefisch! Zwar leer, aber egal! Ich bin Sammler! Vorkriegsgärten mich auch noch hier aus dem Schrank! Dann war's das hier auch für diesen Traktor! Vorsicht! Steht da immer noch penetrant in großen Lettern auf dem Bildschirm gepresst! Ja, ich weiß! Ich pass schon auf! Oh, ich weiß, dass du hier bist! Wer ist denn hier hinten? Wo bist du denn, kleine? Tür öffnen? Toilettenraum ist auf jeden Fall nicht... Oh, 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 oh! Ich habe Respekt vor den Leuten hier! Oh, jetzt kommen wir Leute! Jetzt geht's da draußen! Das wollte ich nicht! Ich sollte vielleicht gleich mal speichern! Oh, 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 jetzt gibt's mich hier... Kickt's mich hier raus und, äh... Wahrscheinlich direkt vor die Flinte von 500.000 Mann wieder! Wer dem Spiel zuzutrauen? Wie kann man mich schon gleich zu Beginn auf so eine Mission hier schicken? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Folge 7 geht auf jeden Fall ein in die Geschichte der schlechtesten Fallout 4 Let's Play Spielobläufe! Also, ich biete euch hier nichts! Keine Qualität! Aber das habe ich auch nicht im Voraus versprochen! Bin ich wieder raus? Nee, ich bin doch erst reingegangen! Warum bin ich jetzt wieder draußen? Ich muss doch rein, um meine Mission zu erfüllen! Tut mir leid für die Ladezeiten! Doppeltes Laden aber hält dann wiederum besser! Und ich sag euch, wenn ihr jetzt nochmal lädt, dann sehen wir gleich die Modelle und so alles, die sehen alle viel, viel genial aus! Alles sind brillantere Texturen und so weiter und so fort! So, Plastikkürbis brauchen wir auch noch! Genauso wie hier! Guck mal, wenn ich den mitnehme! Neh, will ich an! Will ich den mitnehmen? Was macht ihr? Ist das eine Bombe? Ich trau dem Ganzen hier nicht! Ich kann doch auch speichern, ja? Ich speichere jetzt! Wobei, ich mache schnell Speichern! Sicherheit geht vor! Liebe Leute! Und wie bin ich jetzt überhaupt nochmal hier runtergekommen? Hier landen! War da noch einfach eine Waffe? Ein Improgewehr? Ach! Ist das ein Schnellschussgewehr? Wenn ja, würde mir das sehr helfen! Wo ist es denn? Da haben wir es! Ist das gut? Ich weiß es nicht! Ich nehme es jetzt einfach mal in die Fabriken rein! Wie geht das nochmal? Wie sieht das aus? Das sieht gut aus! Ähm... So! Stadt... Was? Ne, komm! Ich packe es einfach hier oben rein! Platz frei! Damit versuchen wir es nochmal hier unten Haben wir jetzt nochmal gespeichert gehabt So Ja, das ist natürlich Zielgenauigkeit, perfekt Trefferquote 100% Danke, du bist der einzige Dem man hier trauen kann Und auf den Verlass ist Aua Eine kleine Radegut Hätt ich jetzt neben meine Füße geworfen, oder? Oh fuck, ich hab natürlich nur noch eine gehabt Das ist natürlich echt jetzt ultra lässt Schaffen wir das überhaupt so? Ich weiß ja nicht Erstmal den hier noch da ausschalten Lass meinen Hund in Ruhe Der Hund hat natürlich keine Chance Gegen das Geschütz, ne? Hilfsmittel, ich brauch was ganz leckeres Nüber Cola, hilft mir das irgendwie Ist auf alle natürlich alles radioaktiv Hier verseucht Komm, Kakerlakenfleisch Und dann nehme ich das right away Gleich hinterher Hier So Mein Kopf Wurde mein Kopf gerade verkrüppelt Na, das ist natürlich fantastisch Aufs Geschütz Hier Auf das Gehäuse Mit verkrüppeltem Kopf Gehäuseschuss Jetzt hat er mich Verdammt Ich hab ja auch nichts mehr Ist da die Lasermuskete vielleicht besser geeignet für? Um die aus dem Gefecht hier zu ziehen Ja Eindeutig Oh nein, Hundi Ich hab auch ein Stimpfekt für dich Hier drüben Hab ich extra für dich aufgehoben Mein kleiner Freund Hey Komm mit Ich mit verkrüppeltem Kopf Sackkapuze Das kann ich eigentlich aufsetzen So Untersuch ein MG-Geschütz Mach mal, Hundi Du weißt schon Bescheid, was ich brauche So, weiter geht's Was haben wir denn hier Schönes? Dogmeat, was haben wir denn hier Schönes? Skeletter Aha Hast du's gefunden? Ach, du Scheiße Was ist denn hier? Wilder Ghoul? Krieg jetzt mal einen Torse-Schuss Haha Da war doch noch einer Was machen denn wilde Ghouls hier? Da war doch noch einer So ein wilder Ghoul Ich gucke noch einmal ganz kurz bei den Toten Ob es da irgendwo vielleicht ein Stimpfekt gibt Klebeband Immer mal mit Von Ghoul Kronen, Korken und Schraubenzieher Haben Ghouls gewöhnlicherweise immer bei sich Nicht irgendwo vielleicht ein Stimpfekt oder sowas Das wäre jetzt auch gar nicht mal so schlecht Patronen und Thermal-Grafikkarte Aha Nichts Nichts dergleichen, kein Stimpfekt für mich Das ist aber wirklich ganz traurig Na gut Weiter geht's Ich spiele jetzt auch bewusst ein bisschen länger Weil ich halt am Anfang so geschwächelt habe Ich versuche das jetzt mit meiner späteren Spielleistung Hier auszugleichen Bringt mir natürlich nicht viel Weil die meisten Leute jetzt schon abgeschaltet haben In diesem Moment Ich glaube ich bin der Einzige Der hier noch gerade spielt Oh ich glaube Ich sollte das lassen Ich mache hier auch meine letzte A-Klammer noch kaputt Äh Ah 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 Oh nein Drecksding Oh Ne Das ist schade Da habe ich nichts ablassen Ich nehme das mal alles mit hier Okay gut Wir holen mal den Sack hier hoch Und weiter geht's hier in irgendeinen komischen Gang Wo ein Mad-X liegt Und Mantrans Sehr gut Irgendwas verseucht mich hier aber auch Oh oh Am meisten habe ich ja Angst vor Geschütztürmen Hier gibt es ganz viel Zeugs Ach kühl mit Ich dachte das wäre ein Donut Na gut Was ist hier los? Was macht ihr denn hier? Eine Computereinheit Die vernichtet wurde Tabletts Das ist also Das ist hier so die Hobbyküche Ne Von der ganzen Einrichtung Hier gibt es aber nur Scheiße Das heißt wir gehen hoch Das war hier Liebe Leute Ich weiß nicht Was uns hier noch erwartet Wir sind radioaktiv verseucht Das ist nicht gut Aber ich habe auch keinen Red Ways mehr Sonst würde ich das ändern Ach sind wir jetzt Ne Moment mal Wir haben auf jeden Fall schon gewütet Aber Ja Da ist das Geschütz Was uns ja zuvor schon das Leben schwer gemacht hat Und das nur noch fortsetzen will Ich gehe da einfach mal vorbei Kann man was von hinten attackieren? Ha Natürlich kann man das Oh oh Es kann dich auch drehen Aber nicht schnell genug Gibt es hier noch was schönes? Jawohl Griffl's Griffl's Terminal Willkommen bei Terminals von Rockco Karawane Haben heute ein weiterer Karawane überfallen? Tja das ist schon die dritte in einem Monat Und Freddy hat uns letztlich die gute Nachricht überbracht Dass nur noch eine Karawane in unserer Richtung unterwegs ist Er sagte er hätte ein paar Wochen gesehen Aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten Da ist sogar eine Braut dabei Die wie eine Vasa genau aussieht Und ein Scherzkix mit einem Cowboyhut Ich werde Jared und zusätzliche Männer für den Überfall bitten Dieser verdammte Hut gehört mir So ich mach mal alles offline hier Komm alles offline Hau mal alles offline Verbinden Verbindet der hier Verbindet der noch? Macht der noch was? Ne Wir sind anscheinend nicht autorisiert Können wir das eingeben gerade? Ne Ich muss mal gucken ob wir hier was eingeben können Das würde uns ja weiterhelfen Kann man nicht Kann man hier irgendwas eintippen hier? Das für ein Scheiß Okay Und geh weg Ich hoffe jetzt noch mal ein bisschen was zum Heilen Und dann liebe Leute Sobald wir das nicht finden sollten Wisst ihr was wir da machen? Dann gehen wir wieder hier zu Jared und töten den Denn der ist ja der Kopf der ganzen Sache Und wenn der tot ist Dann ist die ganze Organisation hier Hinüber Und wir haben unsere Quest geschafft Das machen wir hoffentlich alles noch in dieser Folge Aber das bin ich euch natürlich schuldig Ich bin untröstlich Dass ich euch Dieses Dieses Furchtsame Hässliches Spiel von mir präsentiert Ab zu Beginn Also Ich kann mich gar nicht mehr genug entschuldigen Ihr müsst angewidert sein Von meiner Spielfertigkeit Ich weiß Ich kann das auch verstehen Ich sehe das genauso Ach jetzt sind wir wieder hier ne? Sind wir hier gerade lang gekommen? Ich bin hier gar nicht mehr durch Das ist so ein komplexer Bau Das ist ja Wir müssen hier hin Wir müssen zu Jared Hatte der noch hier was? Hier ins Impact? Ja Hatte der Und das nehmen wir auch gleich Zack Damit ausgerüstet geht es gleich weiter Met X Und hier Klebewand Zigarren Sturmfahrzeug Das sind alles schwere Raucher Ne? Ah und hier war das Zombie sterben Und was war hier weiter oben? Aha Aha Hier hoch Ne? Da liegt noch einer Da können wir Ne Keramikschale Direkt noch Entwenden Und dann sind wir nämlich Wieder in dem Bereich Wo es dann gleich wieder raus geht Da wollen wir aber auch nicht Ich weiß jetzt gar nicht mehr Wo dieser Jared-Typ war Ich glaube hier oben Was ist hier noch? Ein Aufzug Mal öffnen Ne aber ich fahre doch nicht Ich gehe doch lieber zu Fuß rum Das führt mich doch nur Auf direkten Weg in die Hölle Hundi Was geht los? Aufgekurbelt habe ich Da oben ist Jared Da ist einer seiner Mann Der schon tot ist Jetzt musst du noch Deren Chef dran glauben Das sind immer mehrere Das ist die Gefahr Und ich habe Angst Vor dem Geschützturm Der da oben irgendwo war Nicht recht im Sinne Von wo blickt Der Suchscheinwerk auf uns Den würde ich am liebsten Kaputt Machen Oh da oben Der Ton ist kaputt gleich Der macht noch Ein Schuss Dann sollte das Gleich hier rüber sein Ja Jetzt ist Jared dran Der freut sich schon Auf einen würdigen Abgang Gehe ich ihn jetzt hier In Form Eines Schusses In sein Hüftgelenk Ähm Hier Geben werde Ah Noch eins Hätte ich das nur gewusst Ich warte damit Hätte ich das nur gewusst Das könnte explodieren Das mache ich lieber erstmal kaputt Aua Ipsau du Gleich haben wir es Gleich haben wir den Chef Auf dem Gewissen Ha Er ist tot Ich sehe aber noch Auf dem Kartenfragment Da unten noch Einen weiteren roten Punkt Einen Gegner Der hier Irgendwo lungert Euer Chef ist tot Gebt auch Was macht ihr es denn Überhaupt noch Aha Ich bin der Held Das zeige ich dir Du Dreck So Jetzt raube ich noch die Leiche Von Jared aus Und dann verpisse ich mich Von hier Denn es Es reicht Ja es reicht Wirklich Genug hier erlebt Da rüberspringen Was ist denn das hier Für ein Toter Da bin ich noch niemals hin Oder Nee Wir müssen auch eine Leiter haben Ich glaube ja kaum Dass die da allesamt Immer hochspringen Um da hoch zu kommen Oder doch Haben wir eine geile Leiter Muss ich denn immer so Eine Sprungeinlage Machen Ich bin bescheuert Dogmeat Was sagst du dazu Weißt du wie Wenn er hochkommt Hier rüber Oh eine Granade Ja da Ach Lass mich doch mal Hier auf das Teil steigen So Wo ist denn der tote Sack hin Erstmal gucken was er hier hat Ein Telefon Das brauche ich für mein Zuhause Noch ein Terminal Jetzt hat er schon Wahrscheinlich in Panik kaputt gemacht Damit er eine Pornosammlung nicht findet Apropos er Wo ist er denn Ding ja Schön ineinander Und er hat ein Jagdgerät Das ist der Und eine Stachel Die nehme ich mit Werde ich eh nicht tragen Weil ich ja mein cooles Heldenkleid hab Aber Vielleicht kann ich es ja verschenken Silbertafelmesser Auch Baumwolle da Nehme ich alles mit Wo ist denn der Safe hier Das hier Überseekonfer Das ist ja nicht Das ist ja Nehme ich alles mit Der hat irgendwo Eintrück Der Drecksack Aktenschrank ist leer Abgenutztes Klemmbrett Brauchen wir nicht Oh da ist es Krocknackt Der war war das Bingo Goll Eben noch Zur Schmache In unser Gesicht gehalten Können wir es nun Unseren Besitzchen Nennen In the bosom Of the Poor Sarah Queen Geile Ausgabe Guck dir das alles Das ist schön So Jared's Terminal Werden wir uns einfach noch Hier durch Durchschnüffeln Aber der hat so viele Verdammte Einträge Dass der keinen Bock Hat sich niederlassen Ach komm Was sind das hier Doch Überfragt Komm wir gucken mal Mal rein Nichts funktioniert Die alte Frau hat früher Jet geschnupft Ein paar Pillen Und dann ging das Gerede los Ist das Mama Murphy Eine Vision nach der anderen Und alle haben sich als wahr erwiesen Das ist Mama Murphy Die Raider die die Stadt niederbrennen Die Eltern töten Die Kinder stillen mich stehlen Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen Als sie mein Schicksal sah Kind Du wirst ein Monster werden Stimmt alles Wenn ich diese Art von Macht hätte Diese Hellsicht Des Commonwealths Die anderen Banden Niemand hätte eine Chance Aber nichts funktioniert Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen Ich brauche noch eine Ladung Kriegst du mein Freund Kriegst du Subjekte Subjekte will ich lesen Es sind nicht die Champs Die sind nur die Auslöser Für die Hellsicht Ich bin's Ich bin das Problem Ich wünschte Ich hätte es bemerkt Bevor meine Arme Wie Nadelkissen aussehen Aber zumindest ist es eine Neu-Spur Ich brauche Subjekte Die sind Drogen Jungs hier Die Experimente gehen weiter Immer noch kein Erfolg Aber das Gerücht Über kostenlose Champs Hat viele neue Rekruten angelockt Unsere Ränge sind fast wieder so voll Wie vor unserer Plünderung Von Lexington Lonnie denkt Dass es Zeitverschwendung ist Und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten Um Verteidigungsanlagen zu errichten Natürlich Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung Sondern ich Die scheint ihre neue Position allerdings zu genießen Vielleicht versagt Eine weitere Dosis Psycho Neue Vision bei ihr Ich glaube auch Sie ist hier Grizzle sagt Dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist So ein Scherzkix Mit Cowboyhut und Laser Muskete Drei Zivilisten Und eine gebrechliche alte Frau Die wie eine Wahrsage angekleidet ist Ganz klar Wir wissen jetzt wer es ist Der Cowboyhut tragen Scherzkeks Ist unser Freund der Wie heißen der nochmal Also mit P. Preston Preston Der jetzt unser Siedler ist Und zurück in Äh So was Scheintwerfersteuerung Kann ich das ausschalten Licht ausschalten So Ding aus So Das Teil haben wir gemacht Turmsteuerung Deaktivieren So Ich hoffe es Wer schreit denn hier Da Was ist denn Da will jetzt jemand Aber hier nochmal Streit mit Auf Nehmen Aua Ey das kann doch nicht wahr sein Ja Huni Du machst das richtig Beiß sie tot Ich seh nichts Nein Geh mal runter lieber ja Hoch können wir hier in der Zeit Wieder Das hat mich getroffen Ah Den rechten Arm Oder hier sein Torso Wir müssen erstmal noch einen Hund retten Und komm noch einmal Ha Schlampe hat meinen Hund angegriffen Jetzt lass ihn mal da Ähm Aber ich hab einen Frisorschlüssel gekriegt Wenn ich mich jetzt nicht recht irre hier Dann ähm Wo ist der Bei diverses Sales Schlüssel Und Lagerschlüssel Äh Wo ist das Liebe Leute Das will ich jetzt auch in dieser Folge machen Tut mir leid Das wird jetzt ein bisschen länger Alles Und ihr habt gar keinen Bock mehr zu gucken Ihr wollt lieber ganz andere Sachen machen Jetzt mittlerweile wahrscheinlich Silvester vorbereiten Oder wenn Silvester schon zu Ende sein sollte Ich weiß jetzt nicht Weil ich die Folge rausbringe Dann mal das neue Jahr zelebrieren Und nicht so einen Kack hier gucken Aber es tut mir leid Es wird schon besser gleich Wenn wir denn den Schatz hier gefunden haben Ich weiß echt nicht Wo, wie, wo, warum und was, weshalb Ist nur scheiße Hier hat Zigarettenautomat Nehmen wir wirklich so eine Coca-Cola mit Denn hier ist ja nichts, ne Hier finden wir nichts Hier können wir einfach weitergehen Jetzt gucke ich nochmal hier Den letzten Rand dieser Halle durch Komm mit Hündchen Und wenn wir hier jetzt nichts finden Dann Kehren wir diesem Ort Den Rücken zu Und verschwinden Da das jetzt anscheinend hier wirklich aussichtlos ist Und ich will jetzt auch nicht jeden einzelnen Zentimeter Diese Anlage hier mustern Weil dort zeigt mir ja das Teil noch was an Meine kleine Korde Der Fahrstuhl bringt mir selber nach unten Komm, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl Weil es so schön ist Und? Ja gut, der muss jetzt zu Fuß gehen Aber der schafft das schon Auf die Kiste Ähm, und wo war jetzt eigentlich Der Abschnitt, wo wir rausgehen konnten? Da war noch mal ein Teil, wo wir weiter auf dem Dach Was auf dem Dach Waren Moment mal, ich muss mich mal ganz dritt orientieren Hier war die Küche Ich hab jetzt auch nicht so den Überblick Über alle Etagen Das ist so mein persönliches Problem Geht's hier noch weiter hoch? War ja nichts, ne? Ganz hinten war da War da wirklich nichts? Kein Durchkommen oder sowas? Wird auch eigentlich logisch Dass hier irgendwie nach draußen geht Nicht Nee Wo geht's hier hin? Zu nem Rohr Ja Okay, gut Was ist das? Das bringt uns nach draußen Ich hoffe auch An einen Ort, wo wir vor allem sicher sind Und wo es auch den Tresor gibt Damit wir den plündern können Aber jetzt Nehme ich mal ganz stark an Dass wir noch ein paar Gegner vor die Flinte kriegen Habe ich auch nicht Ungern Natürlich Also ich töte gerne Töte gerne Gegner Meine Haare Meine Frisur ist heute so Ich bin ja Ich bin ja auch hier Ich komme ja gerade aus der Gosse, ja? Ich nehme meine Jacke an Obwohl es der Arsch kalt ist Drinnen in meinem Zimmer Wie der letzte Wie der letzte Hannes hier So Okay Kette aktivieren Tür öffnen Und dann sind wir draußen Der schreit doch noch Gegner Und es gibt auch Gegner Es war nicht wenig Die streuen tot Die streuen tot Ich treffe auch keinen Arsch Vielleicht so besser Ja Ja, ich glaube schon Und ich helfe dir Treffe dabei natürlich nicht Wie gewohnt Manuel geht dann schon besser Okay, okay, okay Go Alter Schütt ihn Endlich Oh oh Aber wir haben keine Munition mehr Erklärt natürlich vieles Danke Hund Oh 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 Hund Weißt du, wo sind die? Da oben sind auch welche Na Das ist natürlich Höchstabwortlich Ja Äh Menü 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 Äh, haben wir noch ein Simpack? Was ist ein Mad-Ex? Hilft mir das? Das hilft mir ja gar nicht Das ist ein Simpack haben wir noch Und ein Yuga-Cola Sehr gut Was ist denn das hier für ein Hot Des Grauens Eindeutig zu viele Gegner für mich Ich bin auch Anfänger Boah ey, die sind Haben die wahrscheinlich auch noch Scharfschützengewehre Auf der anderen Seite Ich, ich steck hier nur ein Ich teile Ich teile gar nicht aus Ich steck nur ein Sobald habe ich nichts mehr Wo ich was reinstecken kann hier So, Molotow-Cocktail Und da öffnen wir hier noch die Kiste Die Champ-Kiste öffnen wir Erwischen wir nicht von hier? Ne, oder? Ne, da verschieße ich doch nur meine Munition Haben wir denn irgendwas Irgendeine Waffe oder irgendein Instrument Was uns die Möglichkeit verschafft Dort, äh, hinten hinzukommen Ich glaube ja nicht Ähm Jagdgewehr vielleicht? Ne, das ist abgesehen Eine Laser-Muskete Die ist leider leer, ne? Ich glaube, da können wir echt nur hingehen Und die von nahen töten Hm Was hat denn die gute Dame hier? Eine Infokustion Ach, das ist ja auch der Spinnückel hier, der uns Nervt mich nicht Verdammt nochmal Keine Chance Wirklich nicht Keine Chance Ja, die Minigun Damit vielleicht Dennoch irgendwas ist Ja, geil Mutierte Fahnenblume kann ich essen Todeskrallenfleisch Jet Bringt mir nur Zeitlupe Cramp kann ich essen Alles radioaktiv versorgt Wer hätte das gedacht? Fleisch von Mischlingshund esse ich Mutierte Fahnenblume auch gerne Und noch Kakerlakenfleisch Scheiß doch auf Radioaktivität Erreiche ich damit was? Hä? Kommt her Das gefällt euch, oder? Mein Rohr glüht schon Ah ja 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 Ich versprühe den Tod hier Keine Garnate Hätten sie auf Okay Nur die Tatsache Ich habe jetzt keine Müllzeln mehr Brenne Und tot bin Aber Was tut man nicht so alles Meine lieben Leute Und ich würde sagen Das ist ein schöner Anblick Ähm Das wird sonst so lang hier alles Ich sollte glaube ich mal hier abbrechen Ich sollte mal hier einen Cut machen Weil ihr seid Ihr seid auch nicht mehr in der Stimmung Ihr seid nicht mehr in der Stimmung Ich merke das Wir machen das hier weiter In der nächsten Folge Und dann schaffen wir es Versprochen Ja Ich werde noch ein bisschen trainieren Ich gehe noch gleich nochmal ein bisschen zu meinem Boxstack Schlag da noch ein bisschen rein Und dann machen wir das hier gleich In der nächsten Folge Denn dann geht es weiter hier Und wir werden das Ruder wieder rumreißen Wir werden diese Basis erobern Und Danach werden wir Festhaft schmausen Das verspreche ich euch Ich werde beim hier Äh beim Ich werde ein Buffet hier herrichten lassen Und dann machen wir das Liebe Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Wenn ihr noch ein Like übrig habt Ein Kommentar oder Schreibt es einfach rein Ihr könnt das Video auch sharen Wobei Das rate ich euch nicht Das Video ist verdammt schlecht Und wenn ihr das sharen solltet Die Leute sehen Was guckt ihr denn für eine Scheiße Dann denken die Ne ihr seid Loser und sowas Lasst es lieber Shared es nicht Liked es Und schreibt fast Kommentare In die Kommentarleiste Es hat mich gefreut Dass ihr da wart Deshalb Ähm Wünsche ich euch alles Gute Wir sehen uns das nächste Mal wieder Gehabt euch wohl Und auf Wiedersehen